Hier präsentieren wir die 5 beste Babynest-Test. Lass uns anfangen! Liste zu Start Nummer 5. Lulando Babynest. Das Kindernest hat einen Bogen in der Nähe des Bodens für die Verbindung. Mit Hilfe des Bandes kann die Dimension des Babynests separat verändert werden, so dass es auch für kleine Kinder problemlos ideal ist. Die Außenmasse sind 80 x 45 x 15 cm groß. Die Innenfläche hat Abmessungen von 70 x 30 cm. Das Kindernest besteht zu 100% aus Baumwolle und ist auch voll von anti-allergenem Polyester, das ebenfalls atmungsaktiv und atmungsaktiv ist. Die Abdeckung der Lulando-Version kann im Waschgerät schnell gereinigt werden. Nummer 4. Amelian-Betum-Randung-Nest-Kopfschutz-Nestchen. Das Obermaterial enthält 100% Baumwolle. Die Bettgrenze ist voll aus 100% Silikon-Polyester. Das Krippen-Nest von Amelian ist grau mit weißen Prominenten und ist mit Hilfe schmaler Bögen an Bänke eines Kinderbettes gebunden. Bei maximal 40 Stufen Celsius kann die Bettgrenze ebenfalls in der Waschanlage gereinigt werden, ist aber nicht zum Austrocknen im Trockner geeignet. Eltern sollten bedenken, dass das Nest des Kindes ein wenig Vereinbarungen, wenn gereinigt. Um die ursprüngliche Größe zu halten, muss das Nest bei Nässe stark gebehnt und dann zum Trocknen aufgehängt werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Babelmooruf Cousetream Original Mosaic Babystütze A050413. Das Babelmooruf Cousetream ist ein Stauraumkissen für Kleinkinder in den ersten Monaten. Der Lieferant empfiehlt, sein Produkt von Geburt an etwa im Alter von 4, 6 Monaten zu verwenden. Während dieser Zeit um das Kissen erfüllt mehrere Funktionen. Zum Beispiel stoppt es Plagiocephalie, den Ebenenkopf. Kinder können es auf den Rücken bekommen, nachdem lange und erhebliche vorhanden aufgrund der Tatsache, dass ihre Schäbelkappe ist immer noch flexibel. Die Rückseite des Kopfes ist besonders schonend gepolstert und stoppt somit eine Delle. Dank der vorgefompten Liegefläche hält das Kissen das Kind zusätzlich in der Suppe in der Einstellung. Die Bärtschlange ist 180 cm lang und hat zudem eine Größe von rund 9 cm. Dies macht es ideal für den Einsatz in Seitenbetten, Babybetten, aber zusätzlich Kinderwagen oder Wiegen. Aufgrund der reduzierten Höhe kann auch die Babybetten-Nestschlange als Platzhilfe genutzt werden. Das Modell besteht aus weichem Piquet-Textil und ist zusätzlich nach dem Ökotex-Standard 100 Klasse 1 lizenziert. Die Bärtschlange kann in der Reinigungsanlage bei bis zu 40 Stufen Celsius gewaschen werden. Durch die weiche, aber widerstandsfähige Zahnfüllung kann das Kindernest auch als Stoßschutz auf dem Wechseltisch verwendet werden. Und die Nummer 1 unserer Liste, sei dieser ein Babynestchen Ökotex. Das Kindernest von Zy-Style ist ein Kokon, in den sich Ihr Kind direkt kuscheln kann. Das gesamte Babynest wird nach dem Ökotex-Kriterium auf unsichere Verbindungen untersucht. Das Nest ist zusätzlich mit einer abnehmbaren Matratze ausgestattet. Die Abdeckung besteht aus einem wasserabweisenden und dennoch atmungsaktiven Material auf dem Boden. Das Kissen kann auch einzeln gereinigt werden. Sie können das Nest auch mit einem zusätzlichen Babykissen erhalten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.